Musik Willkommen zum Mittwochsupdate vom 06.02.2019 Der Pferdemarkt hat an Westkap Fischerdorf eröffnet. Die Storyquest rund um die Soul Rider geht weiter. Lisa, Linda und Alex erzählen uns mehr über Anne und erinnern sich an sie. Um die Storyquest weitermachen zu können, müssen wir den Portalstein, den neuen, mit Konrad Maasen in der Kammer des Steinmetzes geschmiedet haben. Dann hat Lisa einen neuen Song, der wird in drei verschiedenen Cafés in Jorvik City gespielt. Bei Fara gibt es neue Zaumzeuge, da schauen wir gleich mal rein. Und es gibt einen Teaser zum Jorvik'schen Warmblut. Wir können da wohl ab dieser Woche Mittwoch vier weitere Farben kaufen. Die schauen wir uns jetzt erst mal im Teaser an und danach gucken wir noch mal zu Fara in den Shop. Bis zum nächsten Mal. So, also der Teaser, den fand ich ja auch schon mal ganz nett, definitiv. Es sind schicke Farben dabei, das Modell gefällt mir schon, definitiv. Ich bin mal gespannt, wie die Farben dann wirklich hier im Spiel aussehen. Vielleicht zieht dann doch noch bald mal ein neues Pferd ein. Wir gucken jetzt aber erstmal noch zu Farah in den Shop. Und zwar gibt es hier die Druidensatteldecke in Gold und Grau. Für mit Geschwindigkeit plus 3, Agilität plus 1, Abspielerlevel 9 zu kaufen für 49 Star Coins. Dann gibt es das Druidenzaumzeug. Geschwindigkeit plus 3, Agilität plus 1, Spielerlevel 9, 77 Star Coins kostet es. Ja, Druidenzaumzeug in Grau und Gold, passend zur Decke. Dann gibt es den passenden Sattel mit Stärke plus 1, Geschwindigkeit plus 3, Agilität plus 2 und 102 Star Coins kostet er. Dann haben wir hier Druidenvesternzaumzeug in Gold und Grau. Geschwindigkeit plus 3 und Agilität plus 1 hat es, 77 Star Coins kostet es. Dann das grüne Druidenvesternzaumzeug, Geschwindigkeit plus 3, Agilität plus 1 und 77 Star Coins auch. Und das letzte, das rote Druidenvesternzaumzeug, Geschwindigkeit plus 3 und Agilität plus 1 und auch das kostet 77 Star Coins. Ja, Farah wird ja noch ein paar Wochen hier bleiben. Ich bin sehr gespannt auf die neue Quest und auch auf die Jorvik'schen Warmblüter. Finde ich sehr, sehr cool, dass sie da jetzt auch Jorvik'sche Warmblüter noch so kaufen können und nicht nur unser Startpferd haben. Und ja, was haltet ihr denn davon? Oder sagt ihr, Jorvik'sches Warmblut wäre jetzt eher nicht so die Rasse gewesen, auf die ich gewartet habe mit der Überarbeitung oder mit überhaupt was Neuem? Wir hatten ja jetzt letztes das Kleidsee, das war eine komplett neue Rasse. Theoretisch wäre jetzt eine überarbeitete Rasse dran gewesen. Ja, das Jorvik'sche Warmblut wurde ja schon überarbeitet. Aber ich finde es trotzdem auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, dass wir dann ja noch ein zweites im Stall haben können. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Musik